so hallo ich bin es noch mal weil es gibt jetzt gleich die ausfahrt der granadas und die fahren jetzt hier rund um willisau und dann gehen sie in deine halle und besichtigen alte fahrzeuge ja ich lasse das wirken wie hier die einzelnen oldtimer sich auf den weg machen und wir geniessen einfach die eindrücke granada papps gleich durchgefahren schwenkt ein bisschen rüber dass man jeweils die wagen kommen sieht schönes bild bei tollem sommerwetter kernige motoren geräusche belgier und jetzt kommen die belgier mit den schönen fahrzeugen ihre kombi und hier dieses ganz schöne grüne coupé und gemischt schauen dass mich da keiner über den haufen fährt das war die abfahrt der fahrzeuge und ich hoffe ihr hattet ein paar gute eindrücke das war die abfahrt der fahrzeuge und ich hoffe ihr hattet ein paar gute eindrücke ok have fun nee einen habe ich noch da kommen ja noch welche zu früh gefreut die capris müssen auch mit und natürlich auch das noch ein fort das wärs jetzt also und tschüss